Negative 40 ist die Temperatur, bei welcher die Fahrenheit und Celsius Maßstäbe übereinstimmen. Also ist minus 40 Grad Fahrenheit gleich minus 40 Grad Celsius. So wie Eis bei 32 Grad Fahrenheit schmilzt, so wie 13 Zoll oder Inches 33 Zentimetern gleicht, so wie 666 geteilt durch 212 Grad Fahrenheit, der Siedepunkt von Wasser, gleich der Pi-Zahl 3,1415 ist, genau so stimmt die glückliche Fügung von Fahrenheit und Celsius bei minus 40 Grad vollkommen mit dem freimaurerischen Geheimschul-Numerologischen Wissen und der Bibel überein. Es gibt 120 verschiedene Variationen der Zahl 40 in der Bibel. Isaak und Esau waren 40 Jahre alt, als sie ihre Ehefrauen nahmen. Noah hielt 40 Tage und 40 Nächte dem sintflutlichen Regenstand. Moses war für 40 Tage und Nächte mit Gott auf dem Berg Sinai und erhielt die 10 Gebote. Moses führte das Volk Israel im Alter von 80 Jahren, also zweimal 40, aus Ägypten und nach 40 Jahren des Manna-Verzehrs und der Wanderung in der Wildnis starb er mit 120, also dreimal 40. David trat nach 40 Tagen der Spottreden Goliaths in Erscheinung. Einige Könige und Herrscher Israels regierten 40 Jahre, wie David, Salomon, Eli und Saul. Zwölf Spione kundschafteten das gelobte Land 40 Tage aus. 40 Tage lang fastete, betete Jesus in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Moderne Christen halten die 40-tägige Fasten- und Bußzeit vor Ostern ein. Jesus verbrachte 40 Tage mit seinen Jüngern nach der Kreuzigung oder Wiederauferstehung und vor seiner Himmelfahrt. David Icke schrieb in Das Größte Geheimnis, Adam kommt ins Paradies, als er 40 Jahre alt ist. Eva folgt 40 Jahre später. Während der Sintflut regnet es 40 Tage und 40 Nächte. Seth wird im Alter von 40 Jahren von Engeln hin fortgetragen und wird für 40 Tage nicht gesehen. Moses ist 40, als er zu Midian geht und dort 40 Jahre bleibt. Josef ist 40 Jahre alt, als Jakob in Ägypten ankommt. Jesus geht für 40 Tage in die Wildnis. Die Bibel ist das Wort Gottes? Nein, es ist in dem esoterischen Code der Geheimschulen geschrieben. Die arabische Literatur wurde ebenfalls von und für Eingeweihte der Mysterien zusammengestellt und hier findet man dieselben Codes. Die Arbeint, die 40er, sind Geschichten, die sich alle auf die Zahl 40 beziehen und ihr Kalender hat 40 regnerische und 40 windige Tage. Ihre Gesetze weisen ständig auf die 40 hin. Zitat Ende. Der größte Ausleger der Mishnah, der mündlichen Tora, Rabbi Akiva, begann Hebräisch zu lesen, als er 40 Jahre alt war. Das Baderitual Mikva besteht aus 40 Seher, was etwa 750 Litern Wasser entspricht. 40 Peitschenhebe ist eine der Strafen, welche der Sanhedrin, der Hohe Rat, ausspricht. Im Hinduismus bestehen viele bekannte religiöse Gebete aus 40 Schlocker. Das geläufigste ist das Hanuman Chalisa. Chalis ist die Hindi-Bezeichnung für 40. In muslimischen Kulturen werden die Toten üblicherweise 40 Tage betrauert. Der Dajjal wandert für 40 Tage auf der Erde. Jules Verne schrieb in 80 Tagen um die Welt, also zweimal 40. Khadija war 40 Jahre alt, als sie Mohammed heiratete. Mohammed begann im Alter von 40 Jahren, das Wort des Koran vom Engel Gabriel zu erhalten und innerhalb von vier Jahren bekehrte er eine Gruppe von 40 Anhängern. Einige in Russland glauben, dass der Geist der Toten 40 Tage an ihrer Totenstätte verweilt. 40 ist eine mystische Zahl, eine Art von Versuchs- oder Test- oder Übergangszeitraum und spirituelles Wachstum bezeichnend. In der Bibel ist jedoch stets von 40 Tagen oder 40 Jahren die Rede, nie von 40 Wochen. Dies verleiht der Schlussfolgerung Glaubwürdigkeit, dass die 7-Tage-Woche eine vergleichsweise moderne christliche Idee ist und deutet auch auf eine offenkundige Lücke, 120 Mal die Verwendung von 40 Tagen oder Jahren, jedoch nicht ein einziges Mal 40 Wochen benutzt. Könnte dies sein, weil es genau der Zeitraum von 40 Wochen oder 9 Monaten ist, den eine schwangere, ihr wachsendes Baby im Mutterleib vor der Geburt trägt? Könnte es sein, dass die Flutwasser das Fruchtwasser der Mutter symbolisiert und Noah das Baby ist, beschützt durch die Arche? Warum trieben Moses in Ägypten, Mises in Syrien, Minos in Kreta, Manu in Indien und alle Vorhergehenden in einem Korb einen Fluss herab? Später dann geht es darum, das Rote Meer zu scheiden. Warum ist in der Bibel erwähnt, dass Frauen für 40 Tage nach der Geburt eines Jungen unrein seien? Denn Manna, übersetzt was ist das, ist, was Moses 40 Jahre in der Wüste aß. Könnte sich die Bibel auf das Manna im Mutterleib beziehen?